Wir sind zurück mit Rainbow Six Siege. Heute wieder Wolf, der ist auf Toilette, Kapuzenwurm, aus Österreich. Ja, aus Österreich extra angereist. Und ein Rekrut, den wir heute ein bisschen mal Ego-Shooter zeigen müssen, einer der sonst nur Minecraft spielt und dort sehr bekannt ist, Early Boy. Hallo Early Boy, wie freust du dich, dass du hier bist? Ich bin oberglücklich. Äh, Krabs, was kann der Bandit eigentlich? Weißt du, was voll praktisch ist? Während das hier dauert, kann man super schneiden. Erzähl ich dir, sobald Early die Fresse hält. Der kann jegliche Sachen, die er aufschüttet, unter Strom setzen. Die Wände, die Schilde oder aber auch den Stacheldraht. Und jeder, der durchfährt, oder geht, bekommt Schaden. Und Stacheldraht jedes elektronische Gerät. Ah, okay, okay. Ah, Vita ist nicht bereit, ey. Verdammt kurz zu spät. Die Windows Explorer funktioniert nicht mehr. Hallo? Guten Tag. Hallo! Wir müssen den Biohazard-Container schützen. Hallo! Du weißt, dass du drücken sollst Early? Ja, ich musste... Ach, der hat den gar nicht. Okay. Der ist gar nicht. Sorry, Karl, ich hab mich verdrückt. Ja, gut, dass wir jetzt ein Schild haben. Nimm mich wieder mit. Ich tausche und um. Nein! Ah, dieses Map ist dran! 10 Sekunden. Äh... Ich weiß... Was wollen die hier haben? Was... Wo sind wir? Objektiv, ja? In den Raum rein, ja. Die müssen nur in dem Raum drin stehen. Ja, das Schild steht auch nicht so wirklich gut. Vom Hafen kommen sie. Traps, kannst du weiter scannen? Natürlich. So. Wir sind hier. 1A Barrikant. Aber Etage 3 schon, ja? Ja, Etage 3. Einer versucht da hinten... Da kommt ein Schild hoch, die Treppe jetzt. Nein! Ohohohoho! Nein! Oh Gott, ich stehe ja direkt daneben. Ich sollte aus der Kamera kommen. Ich konnte es auch nicht, Beuys. Ich konnte es auch nicht, Beuys. Da hast du Schild. Achtung, Schild! Schild vor der Tür. Kann einer in den Phase 2 kommen, den Lekunen füllen und mich aufheben? Ja. Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn. Kann einer von euch in den Phase 2 kommen? Mann, wer die Wand nicht? Ich könnte den Schild-Typen holen. Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn. So, Schild-Typ. So, Schild-Typ. Mann, von denen, von denen, von denen! Töte dich, töte dich! Töte dich! Töte dich auf mich auf! Mach noch einer! Markiert. Are you kidding me? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Aber ich habe gerade nachklärt. Vita, wenn du rausrennen kannst, irgendwie. Ich bin Full Flash, ich sehe gar nichts. Scheiße. Oh, hart nicht. Ich war Full Flash die ganze Zeit. Das hält ja ewig. Ja, das hält ewig. Das ist ja richtig behindert. Das hält wirklich lang. Die Schilder waren aber lustig. Also, dass die alle so in einer Ecke aufgestellt haben, fand ich ganz geil. Ich sage ja, wir waren 1a geschützt. Aber, das Problem war halt, wir konnten auch nicht richtig schießen. Okay, meint ihr, die gehen nach oben? Oder denken die, ja, die, ja, unten ist viel geiler. Wie schätzt du die Gegner ein? Ich weiß gar nicht. Kapuze, es wäre etwas. Hä? Oder bist du... Achso, nee, ich war gerade... Nee, nee, ich war gerade... Hä? Hörle, hat das schon wieder, man? Ja, du bist gecoot. Weiß nicht, wie ich nehmen soll. Ach, ich mache nochmal ihn hier. Ich habe eigentlich gewartet und dachte, der Flash hört gleich auf. Aber er hört nicht mehr auf. Der hält bis runden Ende. You need to locate the biohazard container. Ich fahre nach oben. Oh, äh, es sind unten, hab's, hab's gefunden, unten. The biohazard container has been located. Sogar Garage macht sich einer bereit. Enemy position need dick. Also, Garage unten. Nein! Sieht ganz gut aus kaputt. Du kannst den lassen. Ja? Ten seconds before insertion. Five seconds before insertion. Proceed the biohazard container location. Und, klappt's? Ich will die ganze Zeit aufm Messer wechseln. Ihr könnt die Schilder aufm Rücken nehmen? Das ist ja cool. Nee, du kannst Second waffen. Hier unten rein, oder? Ich hab keine Second Waffe. Ich hab beide Kameras erstmal kaputt gemacht. Ja, ich hab die anderen drin. Ja, ich hab die anderen drin. Ja. Einen hab ich schon gekillt. Hat jemand einen Sprengsatz dabei? Der hat einfach mal die hier aufspringen können. Are you kidding? Von hinten. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Wir sind nie auf der Treppe. Auf der Treppe. Auf der Treppe. Die Treppe ist tot. Schön mit der 10er Bombe eingeholt da. Nice. Der lag da hinten. Alles klar. Wartet. Wartet, wartet Leute. Könnt ihr nochmal Death gehen? Ich schick noch die Kamera rein. Weil ich glaube nämlich in dem Raum hier ist einer. In dem links Nebenraum. Unter Garage. Nee, da ist nur ein Schild. Aber kein Spieler drin. Im Raum mit der Bombe. Hinten in der Ecke. Hier. Ich markier einen Eimer. Dann sieht er mich. Jetzt hau ich schon ab. Ah, da. Okay. Das ist der letzte? Nee, es sind eigentlich nur zwei. Und jetzt Kamera weg. Das heißt, einer muss draußen eigentlich sein. Hab ich mich hier vertan. Kann ich schießen? Unter der Treppe? Ich weiß nicht wo. Ja. Wir haben ihn gesehen. Ich muss reloaden. Er hatten wir. Oh Gott. Das war knapp. Einer fehlen. Der ist nicht im Raum. Der wird gleich kommen. Nee, der ist hier an der Tür. Hinter dir. Links, 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 links. Scheiße. Wie hat er euch die anderen jetzt alle abgeknallt? Wir haben alle auf dieselbe Tür geguckt. Ja. Ja. Schöner Anfang. Schöner Anfang. Wir werden Siege sein. Das ist unsere Runde. Irgendwann noch hin. Natürlich. 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 Aber ich hätte links die Tür halten müssen. Das stimmt. Ich bin nicht weg. Ich bin 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 weg. Eine Runde war hier noch? 5 Sekunden. Op 4 ist in der Biohazard-Container. Einer ist auf dem Dach, ein Sniper. Sniper diesmal. Warte, ich seh ihn nicht mal hier die ganze Zeit. Schick mal weiter oben die Leute. Er ist weg, er ist ja oben an der Tür, ist einer und guck unten drunter durch. Jetzt ist er nicht mehr da. Er war halt in der zweiten Etage, nicht in der dritten. Vita ist da hinter der Tür, oder? Und einer ist jetzt oben drin. Ich mach die Kamera, du musst aggressiv spielen. Vita ist da hinter der Tür, oder? Hinter welcher? Ja, hinter der, wo ich grad zumach. Ich such sie, ich such sie, ich such sie. Okay, okay, Kaster, Kaster, Kaster. Vita ist down. Da kommen die auch rein, glaub ich, oder? Vita liegt er noch. Von wo kam der? Cluster, Cluster. Einer ist schon in der Garage, in dem Nebenraum bei euch, ihr seht den. Krabs, den nicht beeilst, kannst du zu wieder hin. Early, da ist noch ein Loch in der Box. Die kommen rein, die kommen rein, Boys. Krabs, hol ihn. Gib eine Rückendeckung. Ich hab den Flash geworfen. Treppenhaus kommen jetzt auch welche. Leute, Leute, im Nebenraum, im Nebenraum. Hier vorne. Chill, 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 chill. Kaput, du bist ganz allein. Die haben sie kaputt geschossen zuvor. Scheiße. Nee, das war echt zu beleidigt. Der hat mich sehen. Ich hab die Granate. Ihr müsst jetzt rein. Von links kommt noch einer. Noch einer links, noch einer links. Oh, Scheiße. Du musst rein, sonst sind 5 Sekunden vorbei. Ich starte ganz hin. Scheiße. Okay, das war nichts. 4KIA. Haben wir verloren? Ja. Jupp. Leider schon. Oh, das ist doch nichts. Total Defeat. Ja. Haben wir geschafft. Totale Verteidigung. Vote, vote, vote. Vote, remote, vote. Ja, wir können leer das zu drücken. Vielleicht wollen sie ja. Die machen wir fertig. Wir machen die fertig. Ist die Aufnahme schon beendet, oder? Hat dich eingeleitet? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Schaut bei allen vorbei, Leute. Und bis dann. Tschüss. Wieder. Tschüss.